Ja, willkommen an der RUP. Ich würde einfach vorschlagen, ich zeige dir ein bisschen den Campus. Ich weiß, er ist relativ groß und es ist sehr viel, aber ich würde einfach sagen, wir klappern einfach mal ein paar wichtige Sachen ab und, genau, alles gut. Wo sind wir jetzt hier? Irgendwie bin ich ein bisschen nass. Ja, don't worry, also das ist unser Audimax. Der ist richtig in der Mitte des Campuses und von hier aus erreichst du jeden Fachbereich, weil das ist bei uns so ein bisschen aufgeteilt. Was mache ich denn ohne dich, wenn ich noch Fragen habe? Ja, ganz einfach, dann kannst du einmal das Infopoint da an der UV und einmal im SSC besuchen. Da gibt es wirklich fast keine blöden Fragen und da kannst du mit deinen Fragen hingehen und die sind dann wirklich echt mit Rat und Tat auf deiner Seite. Wir sind auch gerade tatsächlich am richtigen Ort mit einem wunderschönen Ausblick aufs Lottenthal. Neben uns ist die Mensa, da können wir einfach runtergehen und ganz normal was essen und die ganzen Speisepläne und alles findest du dann auch bei uns in der Story. Dir raucht wahrscheinlich ein bisschen der Kopf. Schon ein bisschen viel. Ja, das glaube ich dir. Aber ey, keine Sorge, wir haben auf jeden Fall online einmal die digitale Campus-Tour und den Campus-Rundgang. Schau dir das auf jeden Fall an.